Moin Leute, Trimax hier. Heute steht das nächste 101 an. Ich habe jetzt gerade 90s mit Boden geübt, noch super unkontrolliert, aber sie haben schon geklappt. Triple Layer hat auch ganz solide funktioniert. Sidejumps ein bisschen und generell ein bisschen editieren. Es wird langsam. Ich will krass werden. Gegner ist wieder Alex, der ist ungefähr auf einem Level. Letztes Mal hat er knapp gewonnen. Jetzt will ich heute erstmal das neue Erlernte irgendwie jetzt hier zu Papier bringen. Und ich würde sagen, wenn du ready bist, können wir starten. Ja. 3, 2, 1, go. Ich mache automatisch meine scheiß 90s, weil ich, äh, Ah, das gefällt mir. Das ist jetzt hier eine gute, äh, Ausgangspose. Ah, du Sackrate. Oh. Ah, nein. Nein. Was war das denn für ein merkwürdiger, äh, was habe ich dir für einen kleinen Shotgun-Hit nur gegeben? Das war ja ultra-weak. Äh, ja. 3, 2, 1, go. Nee, das ist echt, ich bin ja so todesmal viel schneller. Ah, nein. Ah, da sitzt er in. Yo, ich bin fünfmal gegen die Schräge sprungen, nicht weggekommen. Romatra? 1, 1. 1, 1, ja, ja. Undo, undo. Äh, wir machen ready. 3, 2, 1, go. Ah. Hundeurin, Alter. Der, du bist echt schneller geworden. Junge, beim letzten 1, King 1 konnte ich nichts. Ja, ja, ich weiß. Dann habe ich mich mal herangesetzt, ne? Das war ein bisschen Damage, die Merde, sage ich dir. Ah, falsche Waffe. Nein. Nein. 110er. Alter. 110er. Scheiße. Alter, aber ich habe dir so den, ich habe geeditet. Okay, bist du ready? 3, 2, 1, go. Oha. Wo bist du? Urlau gefallen. Haha. 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 Ah, wie kommt da denn die Shorts durch, Alter? Oha. 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 Ei, ei, ei. Der hätte jetzt einen Dach bauen müssen. Ja, der hätte jetzt einen Dach bauen müssen. 3, 1. 3, 2, 1, go. Ah, Ratte. Machst du das? Nichts. Wieso? Ich habe fünfmal den Edit verkackt und denkst, oh scheiße, war das langsam, aber du standest da immer noch. Ich bin dann irgendwas hängen geblieben. Ich habe immer wieder Edit falsch, Edit falsch. Aber gut. Ready? Ja. 3, 2, 1, go. Ich habe es übertrieben verkackt. Oh nein. Loll. Och, jetzt geh doch mal down, Junge. Nein, wenn der getroffen hätte. Ja, 18 AP, das war total krass. Wie viel steht es? 3, 2. 3, 2, 1, go. Erst drei Schrägen, ne? Und dann attackieren. Oh shit. Wie kann man das ist? Ja, Digga. 2, 1, klar, ne? Ich renne wie ein dummerer Schrägen. Du bist einfach nur hochgerannt. Okay, bist du ready? Wie viel steht es? 4, 2. Ah, nicht zählt mit. Sehr gut. 3, 2, 1, go. Oh, ich bleib kurz stehen. Das war im Frühschart. Hab das wieder ausgeglichen. Oha. Du, Digga, du. Du gehst mir wirklich auf den Sack. Auf die Klöten. Auf die richtig schönen Klöten. Digga, Junge. Ne. Was? Ich sehe dich nicht. Oh Gott. Ich kann es nicht hin. Ich komme nicht über dich. Nur so, Digga. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe Public gespielt. Ich habe in den letzten 100 Games es nicht einmal geschafft, über den Gegner zu kommen. Das ist echt mal erfrischend. Bist du ready? Ja. 3, 2, 1, go. Ich muss wieder meine scheiß Ninjes machen. Oh Mann. Weißt du was, Digga, ich werde gerade so wieder übelst sauer. Weißt du warum? Weil das einfach wie in den Games ist, wo die Leute, die wollen gar nicht, die wollen gar nicht schießen. Die wollen nur bauen. Weil da kennst du das, wenn du jemanden nicht findest und so von oben runter guckst und so seitlich auf dein Bildschirm guckst, aber es bringt nichts. Oh, das war jetzt ein Lucky Headshot. Bist du ready? Ja. 3, 2, 1, go. Oh, danke. Digga, ich rass aus, Alter. Alter, die Headshots. Also die sind ja immer mehr als Lucky. Wie findest du die? Digga, ich krieg einfach mal so auf die Fresse. Also das, da geht ja gar nichts. Da kann ich auch, Digga, da... Da kannst du auch im 101 gegen Matra machen. Das macht mich einfach... Weil, ja, ich will jetzt gar nicht aussprechen, weil du es bist. Das, Digga. Okay, bist du ready? Ja. 3, 2, 1, go. Das ist viel zu einseitig gerade. Obwohl ich übelst gut geworden bin. Äh, ja. Kenn ich. Public immer nervt. Und dann geht der Elm halt auch nicht rein. Alter, ich hab dich zum allerersten Mal geduckt. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben Movement. Ich hab mich bewegt, während ich schieße. So. Wie viel steht's? Wie viel steht's? Weiß ich nicht. 9, 2 schreibt einer. Ich glaub, das war vor dem letzten Ding. Wahrscheinlich steht's jetzt schon 10, 2. Okay, weiter. Bist du ready? Ja. 3, 2, 1, go. Hä? Ja, wow. Geh down. Da krieg ich halt das Kotzen. Genau bei sowas krieg ich halt übelst das Kotzen. Klar. Was war das denn für ein Edit, Alter? Ne, da kotze ich doch aber mal im Strahl. Alter, wo bist du? Ich hab Angst. Wie viel Leben hast du? Sag ich dir nicht. Ich sag dir meins auch. Ohne hacken, oder? Ohne hacken. Nein. Oh, Mann. Was wird? Comeback. 3, 2, 1, go. Du bist immer viel früher. Bei go drück ich erst den Stick nach vorne, Alter. Ohne. Das kann nicht wahr sein, Junge. Guck sich das eine an, Junge. Ich hasse das so doll. Alter, ich war grad OP. Junge, ich bin auf einem ganz neuen Level auf einmal. Wir müssen viel öfter One-Low-One-One-Sachen. Ich lerne den ganzen Scheiß, was ich seit anderthalb Jahren nicht hingekriegt hab, geht jetzt auf einmal. Zwar scheiße? Nö. 3, 2, 1, go. Was machst du denn da unten? Ich bin heute mal hier von unten unterwegs. Wieso kann ich da keinen Boden bauen, Mann? Ach, Max, das. Wo bist du? Hey, sch- Oh! Da kam ich einfach runtereditiert. 14, 2, das kann nicht wahr sein. Stopp mal ganz kurz. Ja. Bis 15 machen wir. Das ist total dumm, was hier passiert. Ist egal. Von hinten. Okay, bist du ready? Bis 15. Let's, äh, Matchpoint. Bereit? 3, 2, 1, go. Ach, das ist doch scheiße, dass ich das so verkackt dann jetzt hier. Wie würdest du das finde, wenn ich Hundescheiße in den Briefkasten tue? Nein! Oh Gott, wenn der ist... Nein! Dreck mich! Ich hab dich nicht rausbekommen und da war schon meine Wand geeditet. Oh Gott. Ja. Ready? Ja. 3, 2, 1, go. Oh nein! Loll! Ich kicke dich nicht weg von mir. Was frisst du denn da alles? Ach, wo warst du über? Komm, Junge. Alter. Okay, bist du ready? Wie viel steht's? Äh, warte mal, 14, 4 müsste es jetzt stehen. 14, 4, okay, gut. 3, 2, 1, go. So, mal Respekt verschaffen mit so'n Schott. Alter, das war auch echt ungünstig vom Blumen gerade für mich. Muss... So was hasse ich, so was da verliere ich immer. Nee, nie im Leben würd ich so was schaffen. Nein, wieso... Was? Ja, es steht's 14, 5, mein Freund. Ich weiß, bist du ready? 3, 2, 1, go. Jo, der Fisch verk... Jo, guck mal, jo! Ah, Ratte. Nein, Mann, bitte! Nein, 155. 3, 2, 1, go. Was? Alter, muss ich mich übergeben. Das war's, Dinger. Wie, ich komme ja... Du bist... Das habe ich dir eben schon gesagt. Weißt du, ich bin eben runtergekommen auf einen schönen Turtle Fight. Das war eben neben dir. Tee mit Kuchen. Ja! Alles klar bei dir? Wo bist du? Weiß ich nicht, du kannst auch mal zu mir kommen. Ich war bei dir, ich bin ganz runtergefallen. Ich war eben fast ganz unten und wieder hochgebaut. Ja. Und? 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 Ich verkack gerade alles, was ging. Ich war gerade... Oh! Nein, ich dachte, ich habe die Shotgun! Ich dachte, ich habe die Shotgun und gebe dir den Scar-Hit. Ich weiß. Also, selbst wenn du mich da weggeballert hattest, ich habe es gerade richtig gespürt. Also, das habe ich so, glaube ich, noch nicht hinbekommen in Fortnite. Das war in Premiere. Digga, Junge. Du wärst safe tot. Ich weiß, ich wäre tot. Du hast die falsche Waffe in der Hand. Ich weiß. Aber das, was ich da vorgemacht habe, war es dann. Das war es. Nice. Also, Leute, trainiert nicht public. Sucht euch jemanden, der auf euer Level ist und macht Bau-Fights gegen den. Und übt ein bisschen Spielwiese, die Basics. Das wird public viel bringen. Ey, das war über nice. Das letzte Mal hast du gewonnen. Ich habe gesagt, das nächste Mal werde ich dich zerbeerst. Oder irgendwie sowas habe ich gesagt. Erinnerst du dich noch? Ja, ja, ja. Ne? Vernichten, schlagen wolltest du mich. Vernichten, schlagen. Ähm. Das war gut.